Hi und herzlich willkommen zu meinem Dungeon Boss Guide zu Schmiedemeister Gorek, dem zweiten Boss aus dem Dungeon Nel Tarus. Dieser Boss ist relativ einfach erklärt, da er nicht so viele Fähigkeiten hat. Die Hauptmechanik ist einmal hier. Er haut mit seinem Hammer auf den Amboss ein. Das verursacht pro Einschlag Gruppen-AOE, der vom Heiler weggehalten werden muss. Danach visiert er ein paar Spieler in der Gruppe entsprechend an. Das sieht man hier mit so einem Pfeil über den Kopf. Die müssen sich so ein bisschen spreaden, weil kurz danach erleiden diese Spieler Schaden plus einen Debuff, der über mehrere Sekunden tickt. Bedeutet also, wenn ihr so ein fokussierter Spieler seid, bietet es sich an, einen Death CD zu ziehen. Zudem spawnen aus den Spielern hier so eine Reihe an Feuerzonen, die man nur ausweichen muss. Ja, und hier sieht man dann schon die Tank-Mechanik, die Heated Swings. Der Tank wird mit einem High Physical zurückgeschlagen und genockbacked hier auf die Position. Kurz danach springt der Boss hinterher. Und ja, hier entsteht so eine riesige Todeszone. Da sollte man auf gar keinen Fall drinstehen. Da schlägt er mit seinem Hammer brutal einmal ein. Bleibt eine Voidzone liegen, wo man natürlich für den Rest des Kampfes nicht reinlaufen sollte. Ja, und dann hat man es gerade gesehen. Er wirft quasi seinen Hammer hier in die Schmiede rein. Und ja, das führt dazu, dass hier so ein Feuersturm in der Kampfarena niedergeht, wo man letztendlich nur ausweichen muss. Und das sind dann in der Tat auch schon alle Fähigkeiten. Zusammenfassung, der AOE muss weggehealt werden. Death CD, wenn der Boss einen Spieler anvisiert. Und ja, den Zonen ausweichen, wenn der Hammer in die Schmiede geworfen wurde. Nicht irritieren lassen, das war hier irgendwie gerade im Beta-Test ein bisschen buggy. Wurde zwar anvisiert, aber ich wurde da nicht angeworfen. Also, das könnt ihr ignorieren. Aber am Ende des Tages, denke ich, ist klar geworden, worum es bei dem Bosskampf hier geht. In diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video wieder mit dabei seid. Wer es noch nicht tut, kann mir gerne folgen. Twitch, YouTube, at Magic, WL. Gerne auch in meinen Discord kommen. Bis dahin, würde ich sagen. Habt eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao, ciao. Und bye.